Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Ja, mal gucken wie das so läuft. Ich bin gespannt, ich finde das witzig, dass wir Morgana als Jungler haben. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Sie meint, sie ist Pro-Gamer, Morgana Jungler, okay. In-Wade, ich würde jetzt eigentlich WAD in-Waden. So, wir warden jetzt einfach mal hier. So, wir haben es gewordert. Ich bin gespannt, ob die trotzdem auf WAD gehen. Ja, die gehen trotzdem auf WAD. Also, wir praδή machen. Das ist einer. Also, wir haben ja schon mal hier. ok das war schon mal nicht schlecht und das war schlecht es war aber sehr dumm wie die gelaufen sind dass sie halt durch unsere minions gelaufen sind das war nicht so schlau von denen backends nie jetzt ein high ping mir habe ich immer das gefühl spiel will mich komplett verarschen ich will eigentlich den dicken haben und 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 Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen auf Dings aufpassen, auf Rengor. Ja, wäre jetzt aber sehr dumm gewesen, wenn jetzt Rengor wirklich zu uns gemoogt wäre, weil wir ja doch relativ viele Minions hatten. Hätten wir Rengor definitiv bekommen. Obwohl Rengor ja eigentlich schon 2-0 steht. Kann das Glutmesser? Okay. Wer soll sich das hier anhalten? Zu z.B. Erfahrung, Kräfte, sag mal. Abhängig von dem Mann. Okay. 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 Lappen, 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 Lappen. Wir müssen natürlich trotzdem ein bisschen jetzt auf Dränge aufpassen, okay, Ari kommt drunter, Ränger wird denke ich mal jetzt auch unten bei uns hier irgendwo sein. Ne, Ränger, okay, Ränger ist in der Mitte. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, so dann werde ich jetzt aber mal weggehen. War ein bisschen sehr, sehr, sehr aggressiv, aber wir haben die Lehne noch unter Kontrolle. Wir haben die Lehne komplett noch unter Kontrolle, also ist alles in Ordnung. So, werden wir mal Schuhe holen, werden mal ein Pingi holen und wir werden jetzt auch, ja komm, und danach gehen wir wieder auf, äh, auf Höllenmaske. Höllenmaske. Ich bin halt immer noch am überlegen, ob die Höllenmaske auch mit Items funktioniert, mit Stun-Items. So, wir werden jetzt mal hier oben ein Pingi hinstellen. Und hier werden wir ein Wardi hinstellen. Und hier werden wir ein Wardi hinstellen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, warte mal. Oh fuck, oh das war so dumm von mir. Ich darf nicht fallen. Okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hätte never ever gedacht, dass Triss wirklich nochmal rein springt. Hätte ich never ever gedacht, wirklich, null, dass sie solche Balls hat, ne. Kranke Scheiße. Boah, krass, ey. Aber 3-2 ist okay, ist okay, ist okay. Äh, unsere Lehnen haben wir komplett unter Kontrolle. Das freut mich doch sehr. Ja. Wie, wie, wie brauche ich denn eigentlich noch? Oh, brauche ich mal ein bisschen. Sehr schön, meine Freunde der Sonne. So, wir sollten. Ich habe schon wieder kein Mana, ich hasse das, ne. Ohne Mist. Ja, wir hätten einfach weggehen sollen. Aber, man muss dazu sagen, wir haben immer noch ohne Probleme die Botlane unter Kontrolle. Also, das ist ein Easy Win auf der Botlane. Easy Snake. Aber wir sollten vielleicht nicht unbedingt die anderen Lanes feeden. Ein bisschen doof von uns gerade. Ja, ich kann das nicht seniors so weit weggehen. Also, dass wir alle Kranke aus der Tat, in der Tat. Ja, ich kann da nicht mehr lenken. Das ist 4 Jahre lang. Ich habe eine Leid. Ja, ich weiß es nicht. Da, ich weiß nicht. 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 Dann kann dasارgel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht. Oh fuck, das war so unfassbar dumm. Scheiße. Okay, das war richtig, richtig, richtig stupid. Fuck. Ich wollte eigentlich, dass Triss und sowas kommt, aber war irgendwie dumm von mir gespielt. Das Problem ist ja, Renga wird uns langsam ein bisschen gefährlich, ne? Ah, Skillshot getroffen. Schade, schade. Da hat der Skillshot wirklich getroffen, ey, schade. Boah, hätte der jetzt nie getroffen, hätte ich so gelacht, man. Aber Triss ist gut gefeated, immerhin. Fehler oder Schiff. Der Schiff ist erschaffen. Komm, bitte, 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 Triss. Scheiße. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ne, warte mal, hä? Was mach ich denn jetzt grad für'n Scheiß? Oh, Scheiße. Boah, da war man einfach übel queedy, ey. Das Problem war, ähm, dass, ähm, Nautilus, äh, sich zurückgequappt hat. Und durch das Zurückquappen, äh, bin ich halt mitgegangen. Mit meiner E. Das war halt so kacke. Mit sowas rechnet man ja nicht. Töhnischer Scheiß-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro. Eier Traum wurde zerstört. Töhnischer Be Driver wurde getrun. Die Geist. Töhnischer Be Driver. Töhnischer Be Driver. Fah, ich bin jetzt auch. Töhnischer Be Driver. Und mit ihm ist die Geschmäße, die Wendi-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro. sehr schön kommt jetzt hier attacke sehr schön gespielt und wir haben was auch sehr gut ist wir haben jetzt sehen wäre es auch nicht so schlecht okay dann werde ich wieder weggehen sehr schön gespielt muss man ja wirklich sorgen so können jetzt eigentlich mal dings holen moment dass wir mal hier die awards ein bisschen klären können wird riss muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen der ringer denke ich man wird jetzt auf dem weg sein ringer ist da ich komme ich komme komm 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 jawohl weiter 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 und hier kommt auf den alten auf den penner sehr schön gespielt ist natürlich ein bisschen schade dass wir jetzt dings verloren haben aber gut gespielt und das war ja voll schlau ich weiß nicht wer es aktiviert hat aber es war jetzt nicht so schlau ich glaube das war ohren na gut egal unfassbar dumm jetzt aber na gut ja danke triss fürs worten sehr 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 schön gespielt piste ich kacklappen so die arie wird denke ich mal zu uns mücken aber ich kriege man noch ein bisschen bisschen damage hin immerhin immerhin tower bekommen sehr schön vor allem triss nur triss weißt du muss ich gleich mal hier reinschreiben so können wir schon mal bauen dann gehen wir weiter auf maske holen uns tränke und weiter geht's obwohl es gar nicht so dumm wäre wenn wir nach maske uns mal ein dings item holen ein schönes mana item noch wäre glaube gar nicht mal so schlecht ich bin aber gerade am überlegen was für ein mana item es gibt ja so viele neue auch vor allen dingen man mutti schreiben sie mich so an ja da Da! Hinterher! Hinterher! Ich bin da auch gut. Toh, alter! Ne, komm, das kriegen wir auch noch hin jetzt. Sehr schön gespielt, meine Freunde der Sonne. So, Tower habe ich getankt. Dann werden wir mal hier einen Wardi setzen. Ähm, hier einen Wardi setzen. Und erst mal hier einen Wardi setzen. So, und ich werde jetzt nochmal weggehen. Und werde weiter meine Maske aufbauen. Ja, gehen wir erstmal auf Gürtel, ne? Wir bauen erstmal... Na wohl, hier kommen wir schon... Gehen wir da drauf, da haben wir ein bisschen was gegen Ari. Oh, das war so dumm von Ari. Ne, obwohl... Jawoll. Oh ja, oh ja. Dings macht gut Damage. Morgana macht ordentlich Damage. Jawoll, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön gemacht, meine Freunde der Sonne. Okay, dann werden wir... ähm, können wir ja den Tower hier angreifen. Ja, ein bisschen Damage konnte ich machen. Das ist okay. Okay. Werden wir mal... Können wir nicht, weil unsere drei Wardi noch aktiv sind. Oh, der Damage, ey. So ein Hammer. Okay. 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 So hier ist ein Wadi, Wadi Zerstürmer Nein, nein, scheiße, Mann, Mutti, wieso zerstören die jetzt nicht ganz kurz den Power her, genau, Dankeschön So Ist okay, ist okay Vor allem unser Toplaner kann halt die ganze Zeit auf der Toplane halt wirklich komplett gammeln Der kann komplett auf der Toplane gammeln Dadurch haben wir natürlich einen großen Vorteil, dass wir die Toplane einfach pushen können Und die können halt nie wirklich was dagegen machen Weil die sind gerade damit beschäftigt, die Midlane zu halten Botlane Ist gar nicht mal so schlecht Gar nicht mal so schlecht So Die sind halt gerade nur am Deffen, ne Jede Lane irgendwie versuchen zu halten Was natürlich bei der Botlane und bei der Midlane nicht so wirklich geklappt hat So Ari ist weg Das heißt, wir könnten eigentlich ohne Probleme die Midlane jetzt endlich mal ein bisschen kaputt machen hier Ein bisschen undamagen Ich werde mal ganz kurz hier ein Wort setzen So Aha Ja gut, da bin ich doch dabei Okay 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 so dass den gehört uns wunderbar so pingy zerstören hier drauf versuchen kommen jungs mädels mädels jungs ich glaube damit haben wir gewonnen ich glaube damit haben wir gewonnen ja damit haben wir gewonnen ja schönes spiel hat mir gefallen also waren sehr 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 geiles botland geben muss ich echt sagen also botten war richtig richtig nice hat mir echt gefallen und ja ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin haut rein und tschüss bis jetzt